So, da sind wir wieder, Folge 4 vom Finish First Formel 1 Podcast, gemeinsam mit meinem Co-Moderator Dennis Breitbart und meiner Wenigkeit Pascal Hinz und ich würde vorschlagen, heute gehen wir das ein bisschen anders an, wir haben so viel zu reden, was war das für ein Rennen, lass uns doch das dagegen vergleichsweise langweilige Training ein bisschen überspringen. Bist du damit gekommen? Bin ich d'accord mit. Perfekt, dann Qualifyen? Direkt, ja. Dann schieß mal los, was ist passiert? Direkt erstmal ins Qualifyen 1, wo es startet. Perez, überraschenderweise, also ich meine, da können wir auch nochmal zum Training zurückgreifen, ich habe ja auch das Training ein bisschen verfolgt und die dritte Session, das P3 quasi, das war für Perez, da hat man schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht mit dem, also mit seinem Auto und mit dem Red Bull. Da, die hatten irgendwie Bremsprobleme über das ganze Wochenende und das hat man auch immer beim Kurvenausgang gemerkt und da hat er sich auch öfters mal ins Kisbeet gelegt und so ging das beim Q1 dann auch weiter. Komisch, ne? Nur bei Perez. Nur bei Perez. Verschwörungstheorie? Der Perez hat ein Rennen gewonnen. Jetzt lehnst du dir aber ganz weit raus, du. Ganz nah dran bei Verstappen nach Rennen 2 ist es, ne? Ja, ich meine aber, ich meine, von der Performance von Verstappen kann man aber auch sehen, dass der Red Bull gerade eben im Apex beim Ausgang der Kurven schon echt Probleme hatte, den Fuß zu fassen oder beziehungsweise die Reifen auf dem Boden zu halten. Faktion zu bekommen auf jeden Fall, ja. Und der Perez, der kam halt überhaupt nicht mit dem Setup klar und daher war das halt dann auch das schnelle Ende für ihn im Q1. Ja, was ist passiert? Der hatte einfach, die Bremsen haben versagt, dann ging es ins Kisbeet und der hat dann kurz mal die Wand geklatscht, ne? Ja. Da war dann Ende. Der konnte nicht mehr fahren. Der hat die Kurve nicht bekommen, ist ins Kisbeet direkt vorne rein und das war's mit ihm. Leider, leider. Und er kam das raus und startete dann nicht nur, wie wir gedacht haben, von ganz hinten, sondern tatsächlich auch noch aus der Box. Warum ist er aus der Box gestartet? Kannst du eigentlich direkt da aufgreifen? Das war dadurch, dass die Bremsen halt das ganze Wochenende Probleme hatten, war Red Bull halt auch irgendwo gezwungen, dann was zu machen und Maßnahmen zu ergreifen und da wurden halt dann Komponente gewechselt. Somit stand dann klar, ich meine aber auch, im Call-Fan hat er auch keine Zeit gezeigt, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja, keine Zeit würde ja im Normalfall bedeuten, dann von ganz hinten aus der Box war, weil er bestimmte Teile vom Auto getauscht hat und dann aus der Box starten musste, weil es schon quasi in der Park-Fermee-Regel ja so besagt ist, dass du während oder von der Zeit vom Qualifien bis zum Rennen nichts mehr im Auto ändern darfst. Dadurch, dass die aber was verändert haben, weil das Auto ja nicht so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben, haben sie dann diese Park-Fermee-Regel gebrochen, weshalb er aus der Pit starten musste, aus der Boxengasse. Abgesehen davon, dass dann der Peres in Q1 rausgeflogen ist, gab es irgendwas Spannendes noch für Q1? Ja, also ich kann das jetzt nur verallgemeinern auf das ganze Qualifien und bemerkenswert war da der mittlere Sektor von Albon. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, Williams. Also keine Ahnung, die sind im zweiten Sektor und der zweite Sektor ist ja eher die lange Gerade. Da hat der ein Tempo, der hält noch nicht mal Red Bull mit. Also der lila Sektor war absolut Albon. Da kam keiner dran. Krass, ne? Das war Wahnsinn. Ich meine... Und trotzdem ist das Auto eigentlich vergleichsweise schlecht gewesen in den letzten zwei Rennen. Die waren ja immer ganz hinten. Wir haben ja mit McLaren noch gekämpft, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Aber ich meine, der Albon, der hatte generell ein gutes Qualifying hingelegt. Ich muss ja so sagen, Albon und unser Hülkenberg, die sind sehr positiv aufgefallen. Die haben echt ein starkes Qualifying hingelegt mit den Autos. Hülkenberg P9. P9 direkt schon im Q1 auf P9 gefahren. Also schon in den Top 10. Ist damit nicht ausgeschieden. Ist für die Deutschen wirklich mal wieder so ein kleines Highlight gewesen am deutschen Fahrerhimmel. Wir haben ja alle gedacht, okay, Hülkenberg, was reist der noch? Ist der zu alt? Nutzt er seine Chance? Und ich würde sagen, nachdem wir jetzt gesehen haben, dass er zweimal zumindest im Rennen schlechter abgeschlossen hat als dann der Magnussen, aus verschiedenen Gründen, hat er es jetzt, glaube ich, so weit geschafft, dass er die Kurve bekommen hat und hat den Magnussen aber dieses Wochenende mal so richtig eine mitgegeben. Absolut, absolut. Also wie gesagt, da muss man einen Hut vorziehen von der Leistung. Wir sind ja noch beim Qualifying, über das Rennen reden wir ja gleich. Aber auch da werden wir schon sehen, dass der Hülkenberg schon echt angekommen ist. Aber noch zum Qualifying zu sagen, wer es nach Q1 nicht geschafft hat, leider Piastri. Der McLaren ist halt einfach nicht da. Der ist absolut nicht da. Also auch eine Verschwendung jetzt für Lando Norris. Wir hatten in der letzten Folge ja schon darüber geredet. Und Lando Norris ist es weitergekommen. Er ist weitergekommen, aber das Auto… Liegt es dann doch nicht so viel am Auto, sondern mehr eigentlich am Piastri? Ich meine, erste Saison, noch nicht viel Erfahrung, Druck beim Heimrennen. Man sieht wahrscheinlich den Unterschied, aber ich meine, ein Rookie mit Lando Norris zu vergleichen ist halt auch schwierig. Weil man muss überlegen, der Piastri hat jetzt sein drittes Rennen und die anderen zwei, da hat er auch nicht so viel Erfahrung sammeln können, wegen, sei es das frühe Ausscheiden Wenn du ganz hinten fährst, was willst du denn da für Erfahrungen sammeln? Deswegen ja. Und der Lando Norris ist in der Hinsicht ja schon ein alter Hase, auch wenn er noch jung ist, aber der hat halt schon die Nase eher vorne. Aber das Potenzial, was Lando Norris hat, das wird halt mit diesem McLaren, also das ist nicht ausgereift. Der Lando Norris könnte viel mehr und er ist ja trotzdem, auch wenn er jetzt, sag ich mal, bis zum Q3 es schafft, ist er ja trotzdem das letzte Licht. Und am Ende geht es bei ihm dann eigentlich darum, irgendwie in diese Punkte überhaupt reinzukommen. Er muss ja echt um einen Punkt kämpfen. Und das ist für McLaren nicht, das soll ja nicht der Anspruch sein. Weißt du, wo ich schon wieder einen Herzenfakt bekommen habe? Ferrari und Leclerc. Nur P11 in das im Qualifying. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Die müssen sich steigern. Zum Glück haben sie das auch getan, aber meine Güte, was ist wieder mit Ferrari los? Was ist los mit denen? So wie es bei Ferrari aussieht, genau das Gegenteil ist bei Mercedes irgendwie das Ding. Die sind wieder aufgegült. Die haben P2, P3 beim Qualifying. Ich bin begeistert. Kommen wir vielleicht gleich noch zu, weil wir waren jetzt gerade bei Q1, Q2. Ist daraus passiert oder switchen wir direkt auf die Endergebnisse quasi? Nee, bei P2 ist mir jetzt nichts aufgefallen. Oder bei Q2, da ist mir jetzt nichts aufgefallen. Okay. Ja, dann würde ich vorschlagen, gehe ich mal kurz durch oder gehen wir mal kurz durch. Wer hat die Polen? War ja eigentlich ziemlich eindeutig. Ist mal wieder der Holländer von Red Bull, der alles wieder in den Grund und Boden gefahren hat. Diesmal allerdings nicht so ein großer Abstand, wie wir gedacht haben. Dazu muss man sagen, historisch ist die Strecke… Das ist ein Zweizehntel, glaube ich, ne? Genau. Aber die Strecke ist tatsächlich nicht Red Bull-Strecke. Das hat man gesehen. Die letzten Postsitter waren entweder Ferrari oder Mercedes. Und Red Bull hat eigentlich auf der langen Geraden immer die Schwierigkeit gehabt. Das scheint dieses Jahr wirklich auch ausgemerzt zu sein, das Problem. Also die Kurven. Ja, ich meine, wir haben das ja bei den anderen Strecken ja schon gesehen, dass die Geraden, dieses Spitzentempo, das die erreichen, da kommst du halt nicht dran. Das Auto ist so dermaßen gut aerodynamisch gebaut, dass quasi der ganze Wind sich um das Auto herumschlängelt. Es gab auch bei den Testfahrten Bilder, wie habe ich ja auch mal erzählt im ersten Podcast, glaube ich, wie unglaublich gut das Auto geschwungen ist und wie diese Flow-Fiss-Farbe, die eigentlich zeigt… Ach so, ja. Genau, wie die zeigt, wie der Luftstrom geht, wie das einfach bei diesem Auto perfekt da durchgeht. Und ich glaube, das macht sich auch in der Geraden aus, weil du musst ja überlegen, wie bist du schnell, indem du so möglichst wenig Gegenwind hast, beziehungsweise Druck hast, der aufgebaut wird, weil der Wind, der drückt dich ja zurück. Umso schneller du bist, umso mehr Power, Energie musst du investieren, damit dein Auto noch mehr Speed bekommt. Aber umso mehr aerodynamischen Vorteil du hast, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Auto, auch wenn es vielleicht ein paar PS weniger hat, trotzdem schneller ist. Und jetzt kommt noch dazu, es sind aber nicht die paar PS weniger, sondern man sieht tatsächlich auch von der Rausbeschleunigung aus den Kurven, dieses Auto ist ein Biest. Ich glaube auch, dass das Auto hier auch perfekt eingestellt ist. Ja, es ist einfach ein Biest. Die haben aufgebaut auf das, was eh schon letztes Jahr fast unschlagbar war. Nur der Unterschied ist, Ferrari hat halt genau das Gegenteil gemacht. Anstatt aufzubauen, haben die die falsche Richtung entwickelt und alle anderen haben aufgeschlossen. Wir sehen jetzt einen Aston Martin, der ganz oben mitfährt, zum ersten Mal Mercedes, die wirklich jetzt, wo ich gedacht habe, da kann im Rennen noch was gehen mit der richtigen Strategie. Aber wo war Ferrari? Das ist der Punkt. Ferrari ist total in der Krise. Und ich habe das Gefühl, da redet man viel zu wenig drüber, weil alle Leute reden über Aston Martin, über Mercedes, dass die wieder oben zusammen vielleicht mit Verstappen kämpfen können. Aber wo ist Ferrari? Aber Red Bull ist auf jeden Fall, kann man sagen, nach wie vor unschlagbar. Direkt dahinter Russell und Hamilton im Mercedes. Zwei und drei mit dem Mercedes. Ich bin begeistert. Dass wir das mal sagen, hätte ich übrigens auch nicht gedacht. Also, Hocken, dass wir darüber uns freuen oder zumindest mal gedacht haben, wow, war das eine gute Qualifying-Leistung von zwei und drei für den Mercedes, das mal so zu sagen. Ich meine, ich muss ja echt gestehen, ich freue mich sehr. Ich meine, das Mercedes-Team, das deutsche Werksteam da oben zu sehen und dass wir jetzt eventuell mal wenigstens wieder so ein bisschen Konkurrenzkampf finden zwischen Red Bull und Mercedes oder Aston Martin und Mercedes oder sonst wen da oben. Dass auf jeden Fall der Verstappen nicht alleine wegfährt. Ja, genau. Aber ich glaube, das wollen wir nicht, das will eigentlich keiner. Nein, nein, natürlich nicht. Aber ich bin begeistert. Also, so kann es ruhig weitergehen. Und diese Probleme, die der Paris hatte, wenn sich die häufen, gerade bei Red Bull, kann es vielleicht sogar noch spannend werden. Weil ich weiß ja nicht, was das für ein Komponentenfehler ist, den der Red Bull da hat. Ach so, du meinst, dass es auch auf Verstappen überspringt? Und das ist ein Mercedes oder Aston Martin-Dyce. Ich meine, er hat das jetzt nicht so richtig durchsickern lassen, der Verstappen. Aber wie gesagt, wenn man das genau beobachtet hat, hatte der schon seine Probleme in manchen Kurven. Gerade in der vorletzten Kurve vor Ziel und Start, da hatte man schon öfters gesehen, dass er die halt nicht so ganz gekriegt hat. Ja, der ist ja sogar einmal nachher im Rennen, jetzt sind wir noch im Qualifying, aber nachher im Rennen ist er ja sogar da gegen Ende. Obwohl er komplett alleine gefahren ist, ist er ja fast sogar aus dem Rennen geflogen. Ja, so einen Traktionsverlust hatte der da. Also mal schauen, was da noch passiert. Aber ich meine, du hast dich diesmal Red Bull-mäßig angezogen. Der kleine, süße Verstappen da. Ein bisschen Abwechslung. Freut sich schon wieder. Also immer im Trend, der Dennis. So, Red Bull haben wir besprochen. Ja, Verstappen ganz, ganz vorne. Ganz, ganz hinten dann der Paris. Aber aus den besagten Gründen Probleme am Auto. Dann machen wir Mercedes, Mercedes. Und als nächstes dann unseren beliebten Alonso. Erste Martin, Werksteam von Mercedes diesmal geschlagen. Ja, Sie können sich das ja ruhig mal erlauben. Also ich finde, die Leistung ist ja trotzdem stabil. Und von Runde zu Runde wird die Strecke ja halt auch schneller. Und zumal auch beim Qualifien wurde auch viel, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, drumherum wurde auch viel drüber nachgedacht, ob jetzt gleich Regen kommt oder nicht. Das war halt auch so ein Spiel mit dem, weiß ich nicht, mit dem Gluck oder mit dem Feuer. Ja, mit dem Regen. Mit dem Regen, genau. Ein Spiel mit dem Regen. Weil da hieß es dann irgendwie am Funk, glaube ich bei Ferrari war das, dass da irgendwie in vier Minuten noch Regen kommt. Ja, Ferrari. Und alle mussten ja dann irgendwie noch eine schnelle Runde hinlegen. Der Regen kam natürlich nicht. Nee, natürlich. Ferrari war ja Ferrari. Ey, Prognosenmeister hier. Sonst gibt es auch nicht viel zu sagen zuerst, Martin. Also ich finde, es ist immer noch eine solide Leistung. Wir können ja nicht sagen, nur weil sie jetzt nicht Zweite sind oder das zweitsteigste Team. Oh, Krise da. Wir sind ja froh, dass sie überhaupt da oben sind. Deswegen, ja. Ich sage mal, mich hat am meisten beeindruckt eigentlich von allem der Williams. Und Elben tatsächlich auf Platz 8 im Qualifying eine Williams. In Qualifying fand ich auch der Albon und wie gesagt der Hülkenberg, die haben mich total umgehauen. Also auch der Hülkenberg, wie der da oben mithalten kann mit den schnellen Autos in einem Haas. Genau wie Albon in der Williams. Die zwei, die machen das Unmögliche möglich irgendwie, könnte man meinen. Und das lässt sich sehen. Das kann sich sehen lassen. Gerne mehr davon. Ja. Mehr davon hat sich auch der Rennleiter gedacht mit den roten Flaggen. Ich glaube, wir sollten jetzt mal zum Rennen kommen. Weil, meine Güte, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe pünktlich um 7 Uhr vorm Fernseher gesessen und habe mir das spannend. Respekt. Aber auch sehr kaputt angeguckt. Respekt. Also die Zeiten, die habe ich nicht geschafft. Also 7 Uhr morgens da auf der Matte stehen. Ich habe mir dann die Wiederholung angeguckt. Doch, ich war ready. Ich war ready. Und ich glaube, das hat sich tatsächlich gelohnt. Also ich sage mal, das live zu sehen, gibt mir immer noch so ein bisschen mehr den extra Push. Und ich habe, wir leben ja heute in einer Welt, wo jeder als erstes nach dem Aufstehen aufs Handy guckt, ist auch so eine Angewohnheit von mir. Und ich hatte echt ein bisschen Angst, dass ich dann direkt schon Serie hat gewonnen. Achso, ja. Ja, die Sorge hatte ich auch, als ich wieder umgeguckt habe und du hast mir ja geschrieben, da dachte ich mir auch so, ich lese mir das jetzt nicht an. Ich habe es extra nicht geschrieben. Ja, hast du auch gut gemacht. Aber nichtsdestotrotz, die Zeiten in Australien, ich meine, man muss sich daran gewöhnen oder beziehungsweise es ist halt jedes Jahr so. Schau mal, die beschweren sich auch nicht, dass der Rest der Rennen für die genauso früh aufstehen wird. Und trotzdem, und ich meine, ich habe das mitgekriegt oder gehört, wird gemunkelt, ob man aus Australien im Grand Prix Nachtrennen macht. Ja, du weißt, dass es April, April war, ne? Nein, 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 nein. Sagen wir aber, aber stellen wir uns nur vor so, also als Gedankenspiel, was wäre, wenn das so wäre? Also wären wir davon begeistert? Ich persönlich wäre nicht davon begeistert. Ich auch nicht. Klar wäre das mit der Uhrzeit vielleicht angenehmer, aber diese Strecke, die ist bei Tag einfach schöner, weil ich sehe ein Nachtrennen eher so in den Städten. Da kommt das Feeling besser rüber. Ich sehe ein Nachtrennen in der Wüste. Bahrain und Abu Dhabi sind für mich absolut geile Nachtrennen, weil das ist wirklich, erst mal, ein Nachtrennen muss gut beleuchtet sein. Und ich meine, ich war ja ein Bahrain, das ist persönlich. Ja, aber da würde sich eine Stadt ja auch anbieten. Ich meine, so wie Jeddah jetzt. Du musst aber auch die Kohle haben dafür. Schau dir mal, das Jeddah. Brauchen wir nicht drüber reden, die haben die Kohle. Las Vegas würde auch sein. Singapur hat die Kohle. Las Vegas hat die Kohle. Aber jetzt guck dir mal, keine Ahnung, eine Stadt wie Berlin an. Wir reden darüber, dass wir Strom sparen sollen. Ich meine, Las Vegas ist, glaube ich, die perfekte Mische, weil du meinst es gerade eben, Wüste. Und ich habe gesagt, Stadt. Ich glaube, Las Vegas bietet beides. Ja. Perfekt. Geile. Also, ich glaube, das wird auch ein geiles Rennen. Wirklich, das glaube ich, wird ein geiles Rennen. Aber wir schweifen jetzt ab. Wir waren jetzt noch bei Australien. Du hast komplett recht. Machen wir mal, wenn es soweit ist. Oder vielleicht haben wir sogar eine Spezialfolge. Wir haben ja, glaube ich, bald nochmal eine große Pause. Und dann schauen wir mal, was wir uns da so einfallen lassen. Über was wir sonst so reden. Was wir sonst ein bisschen abschweifen. Ja, dann kommen wir direkt zum Start, oder? Das war wohl ein Megastart für die Mercedes. Ich habe gedacht, meine Güte, hat sich das gelohnt, so früh aufzustehen. Der Verstappten kriegt Probleme. Wer hätte das gedacht? Von Mercedes auch noch. Déjà-vu. Ich habe gedacht... Den Start hat er aber auch überhaupt nicht hingekriegt. Nein, aber... Ist dir das aufgefallen? Durchgehend. Der Start ist ein großes Problem von Red Bull. Bei allen Restarts hatte er auch riesen Probleme. Und nicht nur bei Verstappen. Auch bei Perez war es so. Auch er hatte, wenn man sich die Replays eingeschaut hat. Aber ist das auch wieder zurückzuführen auf die Bremsen? Keine Ahnung. Naja, beim Start musst du relativ wenig bremsen eigentlich. Also ich sage mal, das Problem ist ja eher, wie schnell kommst du voran. Die Traktion fehlt oder vielleicht hat er eine zu aggressive Schaltung. Schaltet zu früh, schaltet zu spät. Aber ich habe so auch das Gefühl, die Reaktion ist gut. Und die ziehen ungefähr gleich weg. Aber bei dritter, vierter Gang, die schalten ja so schnell hoch, irgendwo fehlt da ein Stück auf die Mercedes. Und was passiert? Mercedes ist extrem krass unterwegs. Traumstart. Megastart habe ich mir aufgeschrieben. Also unglaublich. Und dann gucken wir uns dann die erste Kurve an. Alle fahren richtig schön da raus. Ich habe gedacht, okay, schade, kein Crash. Ja, und dann kam das Karma-Kind. Beim schade, kein Crash. Und dann erwischt es dein Liebling. Genau, dann kam das Karma-Kind. Und dann kam Karma und dann kam es in die zweite Kurve. Und dann hat der Leclerc auf einmal das Kiesbett gesehen. Und ich habe gedacht, er sieht das Kiesbett, ich sehe das Bett. Dann kann ich direkt ausmachen jetzt. Sieben Uhr, kann ich mich ja wieder hinlegen. Ist ja jetzt vorbei nach der ersten Runde. Nee, Quatsch. Ich habe ja hier noch eine Verantwortung für den Podcast. Das ist der einzige Grund, dass ich noch geschaut habe. Ja, natürlich. Nur deswegen hast du weitergeguckt. Nee, aber ja. Wie beurteilst du den Zwischenfall? Also es kann jetzt parteiisch klingen, aber ich habe tatsächlich das ein oder andere Mal mir diese Szene angeschaut. Und ich verstehe schon, dass der Strong relativ wenig Möglichkeit hatte, nach rechts noch auszuweichen. Und hat dann ja unglücklich, glaube ich, eher. Ach so, kommt jetzt nicht das Aber? Ja. Ich glaube schon, dass es unglücklich war. Ja, finde ich der Meinung auch. Und Leclerc auch. Und so hat der Leclerc dann halt auch rauskatapultiert. Aber ich sage mal, auf der anderen Seite, die Kurve ist halt auch eng. Jetzt liegt die Frage, ist das nicht sogar eher die Schuld bei Leclerc? Hat er es von außen versucht? Oder hat der Stroll einfach in dem Moment zu wenig Übersicht gehabt? Hat sich nur auf vorne konzentriert und sieht den Leclerc von links nicht? So oder so bin ich nicht die Rennleitung. Ja, aber der Leclerc hat ja auch sein Statement zugegeben. Der hat gesagt, er hatte Platz gesehen, wo keiner war. Ja. Und hat ja auch gesagt, der Stroll hatte da den Alonso davor, der kann ja auch nicht viel machen. Ja, aber ich sage mal, was würde ihm das bringen, jetzt großartig darauf rumzuhacken? Aston Martin steht gerade bei allen total in der Favoritenrolle. Die Fanherzen sind nur am Aston Martin schlagen. Nur grün am schlagen. Jetzt setzt sich ein Leclerc hin, der sichtlich enttäuscht ist von dem Ferrari-Auto, was eigentlich hätte um die Weltmeisterschaft kämpfen sollen. Der hat nach drei Rennen sechs Punkte. Sechs. Das ist der schlechteste Start ever. Ich glaube, selbst mit Sauber hat der mehr geholt. Sondern das ist unglaublich. Du musst dir überlegen, du hast letztes Jahr, klar, unglücklich durch Strategiefehler, aber auch durch eigene Fehler, es halt nicht gebacken bekommen, den Verstoppen zu schlagen. Okay, dann wischst du dir den Mund ab und dann geht es los in die nächste Saison. Ja, so wischt man sich den Mund ab. Und dann geht es los in die nächste Saison und dann musst du doch eigentlich alles geben. Und ich habe dir noch gesagt, boah krass, bei der Autovorstellung, dass sie sich das trauen, dass die hingehen und ein funktionierendes Auto da hinstellen und vor Leuten das erste Mal das Auto anmachen. Das hätte ja auch alles schief gehen können. Das Auto hätte einfach auf der Strecke stehen bleiben können. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber wenn ich jetzt Leclerc wäre, ich glaube, ich wäre da nicht so gelassen ins Interview gegangen. Und auf der anderen Seite, wenn er jetzt da ausschleppt, die Schuld bei Aston Marti sucht oder der macht sich noch nur Feine, die, ich sage mal, egal was er für eine Aussage trifft, das Rennergebnis bleibt gleich. Ja, aber das ist es ja. Vielleicht war er ja auch realistisch und er wusste, dass er den Fehler gemacht hat. Ja, also. Ich meine, so professionell ist er ja. Ja. So, aber hast du noch gesehen, was davor passiert ist, kurz vor dem Crash? Oh je. Wahrscheinlich schon, aber. Ja, pass auf. Ich habe nicht nur einen Ferrari fast gehen sehen, sondern Sainz hat sich auch noch fast mit Alonso gecrashed. Wenn du dir die Replays anguckst, ist der Herr Sainz ganz kurz so rechts rüber geswitcht und wollte wahrscheinlich seine Position verbessern für den Kurveneingang, hat er aber den Alonso nicht gesehen. Die haben sogar die Reifen berührt gegenseitig. Also es hätte auch ganz übel ausgehen können. Ja, ja, ja. Da wären beide raus gewesen. Ja. Und ich sage mal, wäre ja nicht das erste Mal an diesem Rennen gewesen, dass Sainz und Alonso sich crashen. Wir kommen ja nachher noch zum besagten Restart. Aber gut. Das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, war natürlich der Start auch von Albon. Unglaublich gut. Und der nutzt natürlich das fehlende Momento von dem Stroll, der jetzt ja den Leclerc rausgekriegt hat und natürlich erst mal sich wieder einfinden muss ins Rennen und Albon geht vorbei. Am ersten Martin. Ja, also wie lange ging das gut? Das ist Runde sieben. Naja, das weiß ich nicht. Runde sieben war dann Ende bei ihm. Aber rein fahrerisch, muss man sagen, in der Situation genau richtig reagiert. Schön aus. Da schon, aber wir zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau den Grund, warum er in der siebten Runde diesen Abflug gemacht hat. Ich denke mal, es war ein Fahrfehler, weil es war ohne Fremdeinwirkung. Aber das sah so komisch aus. Das sah auch komisch aus und das hat aber dann auch für die Red Flag gesorgt. Erstmal die erste Frage, haben sich auch viele darüber unterhalten. Red Flag oder Safety Car? Das ist schwer zu beurteilen, wann die Red Flag zum Einsatz kommt. Also ich kann es persönlich schwer einschätzen, eher dann, wenn es um viele Teile auf der Straße geht. Ja, aber es war ja jetzt kein leichter Unfall. Aber es haben sich halt viele darüber beschwert, ist es für die Show gemacht worden, dass aus dem Safety Car, was dann als erstes gegeben worden ist, relativ schnell dann eine rote Flagge wurde und damit irgendwann ein Restart erzeugt wird. Oder ist es so, dass das Safety Car hätte einfach da weiter fahren können, das ganze Pack ein bisschen zusammenhalten können, die bringen das Auto weg, die fixen die Barriere schnell dann runter und dann ist gut. Ich kann das nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Also ich meine jetzt bei Red Flags muss eigentlich schon viel passieren, aber ich denke mal, aus Sicherheitsgründen konnten die das, die konnten einfach nicht schnell genug reagieren. Ganz dumm war natürlich, Russell hat da das Rennen angeführt, geht noch vor der roten Flagge, vor der roten Flaggenentscheidung, also als erstes war es ja Safety Car, geht noch in die Box, genauso wie Science, haben sich beide gedacht, okay, wir haben einen Safety Car, wir verlieren nicht so viel Zeit wie unter normalen Rennbedingungen, gehen in die Box. Ich glaube, Russell ist von 1 auf 6 oder 7 und auf einmal kommt die Red Flag. Was auch bedeutet, zum einen, dass alle in die Boxengasse müssen, zum anderen, dass alle, die noch nicht gepittet haben, automatisch quasi einen gratis Boxenstopp kriegen, weil in der Zeit, wo die Autos nicht mehr auf der Strecke fahren und in die Box wieder zurück müssen, dürfen die Mechaniker alles machen mit dem Auto, wie zum Beispiel Reifen wechseln und hätte das zum Beispiel der Russell anders entschieden, wäre nicht reingekommen. Der Hamilton hatte sich sogar noch beschwert, ja, wir sind glaube ich auf der falschen Strategie, warum bevorzugt ihr den? Das war ja Blödsinn. Warum geht der alleine in die Box? Die Strategie, das war Blödsinn, das Gelaber. So und auf einmal, Red Flag, bevor die rote Flagge dann kam, vor dem Restart, der dann nachher kam, ist es tatsächlich ja so noch gewesen, dass sie eine Zeit lang unter Safety Car gefahren sind, nach dem Alvin Crash und dann ist mir eine Sache aufgefallen, denn normalerweise ist derjenige, der beim Safety Car die Geschwindigkeit vorangibt, vorausgibt oder wie auch immer man das sagen möchte, wäre der Bernd Mailänder, der Bernd aus, da haben wir auch vor kurzem drüber gesprochen. Spezial für Gebereien. Genau, wir sind ja jetzt per Duel, Bernd und ich, du ja tatsächlich auch auf einmal und ja, normalerweise gibt er ja dann aus Sicherheitsgründen den Ton an beziehungsweise die Geschwindigkeit an und dann ist mir eine Sache aufgefallen, Hamilton war zu dem Zeitpunkt ja vorne und weil Russell ja unter dem Safety Car schon in die Boxen ausgegangen ist, wie wir eben gesagt haben, was mir aufgefallen ist, der die Geschwindigkeit angegeben hat, das war auf einmal nicht mehr der Bernd Mailänder, nämlich der war schon in der Box, da war der Hamilton ist der alleine da rumgefahren und hat alle so langsam gefahren, dass teilweise hintenrum Magnussen über das Kiesbett drüberknallen musste, weil er aus der Kurve, wo Elbin rausgeflogen ist, das ist ja eine blinde Kurve. Ja, da waren drei Autos nebeneinander. Genau und so ein bisschen Traffic Jam kurz in Melbourne und ich glaube, das war auch eine ganz, ganz gruselige Geschichte für den Magnussen, weil du musst dir überlegen, du kommst um die Kurve, du siehst ja die ganze Strecke ist voll mit Autos, du kannst nicht mehr bremsen, weil du fliegst mit 180 da an, meine Güse, über das Kiesbett mal eben, das hätte auch anders ausgehen können. Auf jeden Fall. Und nicht nur mir ist das aufgefallen, auch für Statton ist das aufgefallen und hat sich dann natürlich direkt über das Teamradio beschwert, wieso fährt denn der Hamilton so langsam da vorne, das ist mehr als zehn Autolängen, was eigentlich unter dem Safety Car so ist, da das aber kein Safety Car in der Regel war, sondern es ja zurück zu dem Restartgang ging, ist es dann tatsächlich so gewesen, dass der Hamilton die Auslegung der Regeln genau richtig verstanden hat, weshalb er tatsächlich das durfte, er war absolut im Recht damit, hat deswegen auch keine Strafe bekommen und hat ja das ganze Feld so dermaßen verlangsamt, das war unglaublich. Aber das kann man auch echt in Frage stellen, dieses Regelwerk dann schon wieder. Ja, aber ich sage mal, dann frage ich mich halt, wofür gibt es einen Safety Car, wenn er selber zum Grid so entscheiden darf und wir reden da nicht für eine Kurve, das waren dann glaube ich noch vier, fünf Kurven. Es zieht sich ja, es zieht sich ja, wenn er da vorne das Tempo angibt und auf einmal deutlich langsamer wird, die anderen müssen ja erstmal nachrücken. Ja, absolut, absolut. Dann war der Restart und dadurch, dass der Russell ja so weit von hinten starten musste, weil er eben die Plätze verloren hat, dadurch, dass er unter dem Safety Car geboxt hat, hatte er eigentlich einen relativ guten Start, hat beim Restart direkt mal zwei, drei Positionen gut gemacht, war dann auf P5, auf einmal sah es nicht mehr so gut aus mit Russell. Was passiert? Ja, der hat irgendwie stetig abgebaut, beziehungsweise aber sein Auto hat abgebaut und der hatte nämlich Motorprobleme bekommen. Und wie? 118, das Auto steht in Flammen. Auf der Startziel gerade, er hat das leider nicht mehr in die Box geschafft, kurz danach kam, dass dann der Brand... Ja, dann hat das Auto ja relativ sicher abgestellt. Von da an war so ein Teil des Rennens, wo ich gedacht habe, okay, Verstappen ist wieder vorbei, hat ja den Hamilton da außenrum überholt. Unglaublich, da sieht man ja wieder die Geschwindigkeit. Und der hat den auch wieder richtig stehen lassen. Der hatte den auf jeden Fall bei dem Überholmanöver, als er den überholt hat, hatte der den innerhalb von, es waren drei Runden, drei Sekunden abgenommen. Das ging so ruckzuck. Ja, der war sofort weg. Dieses Auto ist eine Rakete. Das Auto ist eine Rakete. Ich glaube auch, ehrlicherweise, wenn das so bleibt, können wir so sechs Runden vor dem letzten Rennen schon sagen, wer Weltmeister ist. Und ich glaube, das fängt mit V an und hört mit R-Stappen auf. Mal wieder. Der war gut. Aber ich habe auch noch was. Hast du das Überholmanöver von Sainz gesehen, gegenüber Gasly? Oh, und nicht nur gegenüber Gasly. Der hat ja ständig diese eine Kurve sich ausgesucht. Ja, aber trotzdem, dieses eine, da hat der links angetäuscht und ist rechts vorbeigezogen. Oh, schön. Boah, war das sexy. Wie in den alten Kart-Zeiten. So wie man es lernt in der Jugendspiele. So stelle ich mir Überholmanöver vor. Ja. Das ist super geil. Und ohne DHS, das war mal wieder ein geiles Überholmanöver, was man heute in der Formel 1 ja relativ wenig sieht. Meistens ist es auf der Geraden. Der eine hat einen mega Überschwung durch DHS. Ja. Flügel gehen auf, zack, du bist vorbei. Aber in der Kurve. Es gab viele von diesen Überholmanöver. Ja, von Sainz vor allen Dingen. Der war der König in dieser einen Kurve. Der hat so oft, so spät gebremst, ist an allen vorbei. Unglaublich. Also mein König war Paris. Also wie er da in der einen Kurve, den hatte, glaube ich, den Zunoda hat der gesnackt. Gesnackt. Dann war da noch der Ocon, den er gesnackt hat. Und Magnussen, aber auch irgendwie alle in derselben Kurve. Magnussen. Magnussen, was macht er? Letztes Jahr haben wir einen Schumacher gesehen, wo wir auch es schon drüber hatten, der mit Magnussen nicht mithalten konnte. Und auf kommen wir jetzt zu der Aktion. Wir sind jetzt dann schon in der 53. Runde. Genau. Das war sehr spät, aber wo der dann seinen Tagtraum hatte. Ja, ich hatte so das Gefühl, der ist kurz eingeschlafen oder der Autopilot hat nicht funktioniert. Meine Güte, auf einmal knallt er da in diese Bande rein. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass da irgendeiner so dermaßen in diese Bande reinkommt. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe das ja erst in der Wiederholung gesehen, weil es lief erst mal normal, das Rennen. Genau, genau. Und auf einmal siehst du da den Magnussen auf einer Felge hinten rechts fahren. Ich denke mir, was ist denn da passiert? Wo hast du geguckt? Deutsche? Ja, ich habe das deutsche Format gesehen. Ich hatte mir diesmal einfach mal das Englische angemacht. Da muss ich auch mal sagen, der Kommentar in England ist eindeutig besser. Wenn man es versteht, ja. Zum einen viel mehr Power, viel mehr Energie. Manchmal habe ich so das Gefühl, sorry. No Front? Ja, irgendwie schon Front. Ich habe manchmal das Gefühl, man könnte das spannender gestalten. Ich habe dann auch, nach diesem Crash, nachher gelesen online, ich weiß nicht, da kannst du jetzt mehr zu sagen, weil ich habe es live nicht gehört, da kam irgendwie eine Verschwörungstheorie vom Ralf Schumacher, dass er sagt, der Magnussen wäre da mit Absicht reingefahren, um Hürgenberg da eine bessere Grid-Position möglich zu machen. Das bezweifle ich nicht. Ja, ich bezweifle das auch. Ich meine, du hast das interne Duell und für Magnussen sieht das interne Duell momentan nicht gut aus. Nee, absolut nicht. Ich glaube nicht, dass er den da in die Karten spielt. Also ich meine, bis jetzt ist der Magnussen die letzten zwei Rennen ja trotz der schlechteren Qualifying-Position immer noch irgendwie im Rennen an den Hürgenberg reingekommen und ihn dann auch überholt. Aber auch vor allem, was war denn die Intentionen dahinter? Also wenn der Ralf sagt, das hat er extra gemacht, was hat er denn? Wegen dem Restart. Ja, mal ganz ehrlich. Dass es noch eine Chance gibt. Das ist aber absoluter Blödsinn, weil, mal ganz ehrlich, du kannst einen Restart ja nicht provozieren. Also das ist ja, da gehören ja viel mehr Faktoren dazu, einen Restart zu provozieren. Also sein Reifen ist abgeflogen. Das ist für mich, auch wenn da viele vielleicht nicht das verstehen und können es nicht nachvollziehen, ja, den Reifen kann man auch unter dem Safety Car wegtun, das stimmt. Ja, du weißt ja auch ganz, wo der Reifen landet. Ja, exakt. Was ist, wenn er hinterm Zaun ist? Ja, ja. Deswegen, so was, außerdem, dieser Unfall, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Fahrer einen Unfall dermaßen provozieren kann, dass es so kontrolliert ist, dass nur der Reifen weg ist. Das war so komisch. Der Reifen hätte ja auch einfach umknicken können und die Aushängung hätte brechen können oder sonst was. Ja. Das kann man nicht planen, und sowas, also Leute. Das meine ich. So, und im englischen Kommentar kam da nichts von. Also da wurde gar keine Theorie gestellt, sondern, okay, war ein Fahrfehler. Ich habe das aber auch nicht mitgekriegt, dass der Ralf darüber geredet hat. Okay, ja, ich habe es nur online gelesen. Also wenn ich hier falsch korrigiert uns, wenn das so ist, aber... Vielleicht schreibt ihr das mal in die Kommentare, ob ihr es gehört habt oder was für eine Kommentatoren-Team ihr euch anhört. Ob das Englisch, Holländisch, Deutsch, was auch immer, was ihr hört. Es gibt ja so viele verschiedene Länder, die das mittlerweile übertragen. Ja, ich bin mal gespannt, was da so runterkommt. Aber mal wieder zurückzukommen, der englische Kommentar ist zum einen viel energetischer, viel mehr, ich habe so das Gefühl, spannend da, auch in den Zeiten, wo das Rennen gerade nicht so spannend ist. Dann kommen die nicht mit Fakten von 1900, sondern machen so eine Mini-Podcast-Geschichte daraus und die unterhalten sich die ganze Zeit und bei jeder kleinen Geschichte, das kam, der eine mag es mögen, der andere nicht. Da waren teilweise Möglichkeiten, die eigentlich keine Möglichkeiten waren. Aber die tun so, und jetzt kommt das Überholmanever. Nein, er hat es doch nicht geschafft. So, das kannst du so machen. Ich fand es cool, weil das hat mich erstens um sieben Uhr dann halt wach gehalten. Aber zweitens gibt es mir auch so ein bisschen so, dieses, ja, da passiert was. Auch wenn eigentlich jeder weiß, der überholt jetzt nicht. Es war dann eine engere Geschichte, aber es war halt nicht so, er ging nicht mal dran vorbei, sondern ist von hinten halt wieder reingeschlossen. Und ich sage mal, der Kommentar ist, finde ich, irgendwie besser, weil er halt das Ganze, dieses Gefühl von, was wir manchmal haben, wenn wir zusammen gucken, boah, jetzt kannst du mal kurz ein Ginger Ale holen gehen, jetzt passiert gerade nichts. Dann denkst du dir doch auch so, okay, zehn Runden lang war es jetzt gerade ein bisschen langweilig. So, das hat sich tatsächlich von Anfang bis Ende rein, was den Kommentar angeht. Nicht das Rennen, aber den Kommentar. Aber vom Rennen auch nicht. da war ja irgendwie immer... Es war ja irgendwann schon mal wieder dieses typische Verstappen, fährt er jetzt vorne weg. Dann kam der Magnussen-Crash und alles hat sich verändert. Das ganze Rennen ist auf den Kopf gestellt. Red Flag Nummer zwei. Junge, was war das für eine Geschichte? Das gab es, gab es das überhaupt schon mal? Das war so... Zwei Red Flags in einem Rennen? Ja, Nummer zwei. Genau. Ich glaube, zwei Red Flags gab es in zwei Rennen in der Formel-1-Geschichte. Aber es waren ja nicht nur zwei Red Flags. Da kommt ja noch Red Flag Nummer drei. Die kommt ja noch nach diesem Restart. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Jetzt kann man diskutieren. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wie, drei Red Flags gab es? Ja, na klar. Doch, nach dem Restart ist doch alles auseinander. Jedes Auto hat sich gecrashed, dann kam noch mal Red Flag und dann haben die entschieden... Ach so, ja okay, dann sind es ja durch... Dann sind es drei Red Flags und dann sind es ja hinterm Safety Car. Okay, okay, okay. Ja, stimmt, stimmt. Ich hatte das gar nicht so wahrgenommen, aber ja klar, es war so lächerlich eigentlich, deswegen habe ich das gar nicht wahrgenommen, dass das gar ein drittes Red Flag. Red Flag Nummer zwei. War berechtigt oder nicht? Magnussen verliert seine Felge, seine Felge nicht, der ist ja mit drei Reifen und einer Felge noch irgendwie zurückgecrust, aber verliert den Reifen, macht die Bande kaputt. Muss man da eine Red Flag geben? Du meintest ja vorhin, dass bei einer Red Flag die neue Regelung ist, dass die dann einen... Stehenden Start machen müssen. Stehenden Start machen müssen. Ja, ist tatsächlich so. War vorher nicht so, jetzt ist es so. Weil dieser stehende Start, den habe ich angezweifelt, weil ich meine, das Rennen war zu dem Zeitpunkt ja auch gelaufen. Dann hättest du ein Safety-Ergebnis. Und zumal, ich finde es extrem risikoreich, in den letzten zwei Runden einen Restart zu machen, weil alle wollen nach vorne. Aber ist das nicht genau das, was wir wollen? Ja, nee. Also ich bin ehrlich, ich fand das Schwachste nicht, weil ich wusste jetzt, wir haben, und so könnte man auch die Folge nennen, wir haben in einer Runde eine Million Schaden verursacht, für eine Runde, die an dem Ergebnis nichts geändert hat. Doch, es hat geändert, nämlich Alpine raus. Ja, was super traurig war. Ja, was super traurig war. Aber es ist trotzdem, in der einen Runde sind Schäden passiert, die einfach, die hätte man vermeiden können. Aber jetzt stelle ich dir die Gegenfrage oder das Gegenargument. Jetzt gibt es viele, die sagen, die rote Flagge hätte man nicht geben müssen, man hätte den Restart nicht machen müssen, man hätte unter Safety Car das Rennen zu Ende fahren sollen. Dann wäre alles so geblieben, wie es ist. Abstände wären so geblieben. Vorne hat sich eh nicht relativ viel verändert. Aber, ich sag mal, auf der anderen Seite, du machst das Rennen erstens nochmal spannend und zweitens, wir reden nicht über den... Aber was heißt denn spannend? Du schmeißt nur Teams raus. Nein, eben nicht. Wir reden nicht über die Hobbyfahrer, die am Wochenende sich treffen und zum ersten Mal auf einer Rennstrecke sind. Wir reden über die Königsklasse, über die besten Rennfahrer der Welt. Da kann man doch verlangen, egal, ob die jetzt ganz vorne mitfahren wollen oder nicht, dass man einen Restart machen kann. Man hat noch drei Runden Zeit oder zwei Runden waren es, glaube ich, zwei Runden Zeit noch vernünftig Rennen zu fahren. Dass man so einen Crash damit möglicherweise provoziert, ja, okay, aber das ist das Risiko. Das ist doch das Risiko von Rennen. Ich sehe das halt anders. Ich würde dann eher diesen fliegenden Start wieder einführen, wie wir in Abu Dhabi hatten 2021, was auch extrem für Spannung gesorgt hat. Dadurch, dass man am Ende auch Weltmeister geworden ist, weil dann wäre es ein fließendes Geschäft gewesen, ein fließender Verkehr. Und so sind alle in der ersten Kurve ein Riesenhaufen, alle wollen an den anderen vorbei und du hattest Sainz, der dann den Alonso abgeräumt hat, du hattest die Alpins, die sich beide gegenseitig weggeballert haben. Ja, dann hat sie schon und danach war halt die nächste Red Flag und somit wurde halt der Stand, der aktuelle Stand eingefroren und dadurch hatten wir eigentlich nur die Leute, die raus waren, plus den Sainz. Die Frage war ja auch, wir haben ja sehr lange drüber nachgedacht, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das? Wir haben jetzt zwei Alpinen raus, Gasly und Ocon, die sich beide rausgeknallt haben, beide S-Martis waren raus, Stroll hat mit Sainz den Crash gehabt oder war es mit Alonso? Ne, mit Alonso. Ah, mit Alonso. Alonso hat dann, aber Alonso gab es... Was eingefroren ist, war ja wieder Dritter. Genau. Aber zum Beispiel Sainz war der große Verlierer, der hat seine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen. Aber was für eine bescheuerte Fünf-Sekunden-Strafe. Das ist das, was ich voran eben meinte. Ich kann manche Strafen nachvollziehen, aber die von Sainz nicht. Wir reden über die ganzen Restarts, gab es ähnliche Vorfälle. Ich finde auch, das war eher ein Rennunfall. Alles war Rennunfall, nur das von Sainz nicht. Nein, ich bin da auch bei dir. Und so unverhältnismäßig eine Fünf-Sekunden-Strafe in einem Safety-Car zu geben. Da weiß doch jeder, der ist aus den Punkten raus. Der hätte eigentlich gar nicht mehr fahren müssen. Wie willst du denn in einem Safety-Car, wo du A, nicht überholen darfst und B, nicht mehr als zehn Wagenlängen wegfahren musst, weil da trifft ja wieder die Regel vor. Wie willst du das machen? Wie willst du... Vor allem, wir reden ja von einem Safety-Car. Warte mal. Wir sind jetzt nach der dritten Red Flag. Ja. Wo wir dann mit einem Safety-Car durch das Ziel gefahren sind. Genau. Und da hat er ja die fünf Sekunden bekommen. Wie wird das... Wie werden die Zeiten denn da gezählt? Ist dann ein Auto eine halbe Sekunde? Nein, nein. Du hast ja schon Abstände. Pro Runde, du hast ja die Mini-Sektoren und du hast die Abstände so, wie du die im Fernsehen siehst. War es dann auch so, dass er die fünf Sekunden im Safety-Car hätte rausfahren müssen. Das ist ja das Bescheuerte an dieser Regel. Der hat die fünf Sekunden Strafe bekommen, die du übrigens auch nicht anfechten darfst. Also selbst wenn er das Problem gehabt hätte, die Strafe nicht zu akzeptieren, hätte er nichts machen können. Aber die Frage ist ja, warum sagt man, man hat diesen Crash gehabt, der eh schon, wie du sagst, Chaos verursacht hat. Aber wir reden immer noch über Königsklasse. Jeder weiß, wie er zu fahren hat. Jeder weiß, dass er am besten alles mitnimmt, was auf dem Tisch ist. Aber jetzt ist meine Frage, jetzt beschweren sich die Leute regelmäßig darüber, dass die Rennleitung eine Stunde, zwei Stunden nach Rennende noch eine Strafe verteilt. Aber warum musst du bei einem Safety-Car, was für Sicherheit sorgen soll, warum musst du allen anderen Autofahrern diese Chance geben, im Safety-Car so möglichst nah an Science ranzufahren, dass sie sich im besten Fall noch hinten reinhauen und dem Science keine Chance geben. Warum sagt man nicht, man fährt diese eine Runde zurück und gibt dann die fünf Sekunden Strafe. Dann wette ich mit dir, wäre diese Abstandsgeschichte niemals so ausgegangen, wie die jetzt ist. Dann wäre er vielleicht noch Sechster, Siebter, vielleicht noch Neunter geworden. Hätten wir den Restart nicht gemacht, dann hätte es das Thema auch nicht gegeben. Das wäre auch eine Geschichte. Ja, Schwachsinn. Naja, was bedeutet das für ... Das passt wieder zur Vier-Show. Ja, absolut. Zieht sich schon ein bisschen durch. Ich hatte echt bei diesem Restart, habe ich echt kurz gedacht, gucke ich mir jetzt hier gerade Formel 1 an von Codemasters. So haben die alle kurz maximalen Schaden eingestellt und einer crasht von ganz hinten rein. Das mache ich immer, wenn mir langweilig ist. Wie gesagt, ich fand den Restart lächerlich, weil ich wusste, dass da Unfälle passieren jetzt. Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin nicht der Typ, der da so geil drauf ist, dass die Leute Unfälle bauen. Klar, ich mag Unfälle aber nur auf taktische Weise. Das heißt halt, wenn es gerade jetzt um Reifenwechsel geht und so und jetzt auf einmal ein Safety Car kommt, wo du dir halt dann 10 oder 11 Sekunden sparen kannst beim Boxenstopp. Sowas finde ich taktisch genial. Aber wie gesagt, in der vorletzten Runde so Unfälle zu provozieren, indem du einen Restart verursachst, finde ich persönlich einfach nur Geldrausschmeißerei. Ja, kannst du so und so sehen. Also auf der anderen Seite das Argument steht im Raum, was ich dir genannt habe, das sollen die besten Fahrer der Welt sein und normalerweise kannst du von denen auch verlangen, dass sie einen Rennstart vernünftig hinkriegen. Du hast ja davor auch zwei Rennstarts gehabt, die vernünftig abgelaufen, einen Rennstart gehabt, der vernünftig abgelaufen ist. Ja, okay, aber da war ja auch nicht mehr, aber ich meine, da war das ganze Rennen ja auch noch offen. Ich meine, hättest du da jetzt den Verlierer abgespielt in der ersten Kurve, hättest du dir das ja wiederholen können. Wo wir bei Verlierer sind, du hast gesagt, Alonso hatte das Problem mit Sainz, da sind wir schon wieder bei dem, was ich eben meinte, Aston Martin, Ferrari crashen sich. Am Anfang war es der Stroll und der Leclerc, jetzt haben wir den anderen Aston Martin und den anderen Ferrari. Ich hatte dir ja gesagt, in der ersten, nee, in der zweiten Kurve, ganz am Start, haben die sich schon einmal die Reifen aneinander gehauen in der ersten Runde und jetzt gegen Ende ist es dann doch zur Kollision bekommen. Meinst du einfach nur provozieren, oder? Keine Ahnung, aber ich sage, ich stelle das einfach mal in den Raum, das war komisch. Eine Strafe dafür würde ich nicht geben, weil es war genau so ein Rennunfall. Das ist genau, was ich meine. Das meine ich ja. Mit Stroll. Wo soll der Sainz hin? Meinst du, der hat den extra da rausgehauen? Der haut sich doch aus den Flügel kaputt. Ich bin da ganz deiner Meinung. aber was ich ganz bemerkenswert fand, okay, Alonso schreit da erstmal rum, sagt, Mann, 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 was ist hier los? Und er bringt ein paar F-Wörter, aber sofort, als er sich beruhigt hat, ich hatte das Gefühl, der ist das Mega-Brain. Fängt er an, okay, wie sieht es denn jetzt aus mit den Punkten? Weil wir sind ja noch nicht durch den nächsten Sektor gefahren, bevor jetzt schon wieder rote Flagge kam. Wie werden die Punkte jetzt verteilt? Weil normalerweise hast du keinen Referenzpunkt, solange du nicht im nächsten Sektor gefahren bist, den haben sie aber noch nicht geschafft. An sowas musst du auch mal denken, wenn du gerade rausgeschmissen wirst in der vorletzten Runde deines Rennens. Du schreist, du regst dich auf und sofort kommt diese, wie wird die Regel jetzt ausgelegt? Da siehst du einfach, was für eine Erfahrung diese Alonso hat. Das ist einfach unglaublich. Absolut, absolut. Ich würde dich gerne mal fragen, wer war für dich der Fahrer des Tages? Leckler. Du bist Runde 2, Kurve 2. Nee, wer war der Fahrer des Tages für mich? Sag mal jetzt nichts zu eins bitte. Nee, ich mache es ganz langweilig, Verstappen. Ja? Ja, weißt du warum? Kein einziger Fehler, außer das eine Mal in der Kurve. Ja, die Starts. Ist dir die Frage, ist es ein Autoproblem oder ist es ein Verstappen-Problem? In der Regel kann ich mich daran erinnern, dass Verstappen immer gut gestartet ist. Und das habe ich auch noch nachher gesehen. Es gab ja nachher noch die Diskussion, ob bei dem letzten, nicht bei dem allerletzten Restart, wo die hinter dem Safety Car gefahren sind, sondern bei dem richtigen Restart, bevor der Crash passiert ist, der Massencrash da, gab es noch die Frage, stand der Verstappen in der richtigen Startposition oder in der richtigen Box? Ah, yo. Und weißt du, was er gemacht hat? da haben sie auch noch darüber diskutiert. Er war in der Linie und hat dann aber noch mal ein Stück sich rollen lassen, sodass er wirklich so ein paar Zentimeter, Millimeter, was auch immer, ganz, 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 ganz klein, hatte er noch seinen Reifen auf dieser weißen Linie berührt gehabt, was dazu bedeutet hat, dass er komplett regelkonform stand und hat so ein Glück gehabt, sonst hätte der auch noch eine Strafe bekommen. Fände ich ehrlich, ich hätte das gut gefunden. Ein bisschen interessanter gefunden, muss ich sagen. Ja, vor allem, wenn wir hier von der Strafe reden, reden wir dann auch von der Fünf-Sekunden-Strafe. Ja, und das wäre dann teuer gewesen. Vor allem die Geschichte auch mit Höckenberg, dass sie nachher noch mal sich beschwert haben, haben die das Rennende angezweifelt, weil Höckenberg war auch wir zu dem Fall, zu dem Fall, dass wir, wir haben ja das dann, gerade wir besprochen haben, es ist ja so ausgegangen, dass sie dann wieder auf die vor dem Restart-Position gegangen sind, nur dass alle abzüglich dann rausgeflogen sind, die halt dann auch raus waren. Das liegt unter anderem an der Regel, dass die Autos mit ihrer eigenen Power das Rennen beenden sollen. Diese Regel gibt es schon seit Ewigkeiten im Regelwerk, das hat damit zu tun, dass keiner auf die Idee kommt, das Auto durch die Rennstrecke, durch die Zielgerade zu schieben, wie das ganz, ganz früher mal war. Ach so, ja. Ja, macht Sinn. Die Autos müssen mit ihrer eigenen Kraft das Ziel überqueren. Bis die Runde dann, die letzte Runde, müssen die selber überqueren. Konnten die, weder Gessi noch Alcon noch, die haben ja beide komplett in Schaden gehabt, weshalb die dann automatisch nach hinten gefallen sind. Alle anderen sind aufgerückt. Das hieß aber für den Hülkenberg letztendlich nur, kriegt der Sainz die Strafe, dann würde es Position 7 oder 8, glaube ich, sein. Wo ist er am Ende rausgekommen? Der Sainz? Ne, der Hülkenberg. Der Hülkenberg auf 7. Auf 7, ja genau. 7 oder 8 oder, nee, 7 oder 6 wäre es, glaube ich, gewesen, der Unterschied. So, aber die Frage ist ja auch einfach, was wäre passiert, hätten sie die Position genommen, die, es gibt, du kannst das so sehen, es gibt die Start-Zielgerade und dann gibt es die erste, der erste Sektor, wo Zeit gezählt wird, ist die Safety, die Boxenausfahrt. Da gibt es eine Safety-Car-Linie 1 und diese Safety-Car-Linie 1, die misst theoretisch, wo der, wo bis dahin die Abstände waren. Zu dem Zeitpunkt hätte er, war eigentlich Hülkenberg auf 6, wenn man die Strafe von Sainz bedenkt. Haben die aber nicht genommen, weil man hätte dann eine Linie digital zeichnen müssen, weil es zu viel Chaos war, gab es dann nachher diesen Appeal, den die gesetzt haben, also diese Beschwerde, ist dann abgeschmettert worden. Aber eigentlich ging es eher darum, wie machen sie das mit dem Restart? Hätten sie so starten müssen, wie vor dem Massencrash, nenne ich das mal? Oder hätten sie so starten müssen, wie sie nach dem Massencrash in die nächsten Kurven gefahren sind? Weil dann wäre Hülkenberg auf 4 gewesen und ich sage mal, möglicherweise hätten wir durch die Strafe von Sainz dann ein Hülkenberg-Podium gehabt. Und da muss man ja mal drüber nachdenken. Ja, träumen dürfen wir schon. Wäre so ungefähr das blödeste Podium gewesen, was man haben kann, wenn man so lange darauf wartet, oder? Ja, ja. Das stimmt schon. Aber der Hülkenberg, dem wäre das mal gegönnt, mal auf dem Podium zu stehen, aber ja, das ist weit gegriffen, du. Wenn wir jetzt so weit denken, du. Also, war viel, viel, viel. Aber danke, dass du mich auch gefragt hast, wer mein Fahrer des Tages war. Da war ja was. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, aber ich werde es gerne erzählen. Okay, was ist dein Fahrer des Tages? Ich bin total interessiert. Ja, nee, weil ich finde, den Senderleistungen hat man irgendwie total unterschätzt. Ich fand, Pierre Gasly war für mich der Fahrer des Tages. Stimmt. Der war sehr, sehr gut. Es war, ich fand es absolut bemerkenswert, er hat sich irgendwann von Science überholen lassen. Hinter ihm war dann der, lass mich nicht lügen, ich glaube, der Hülkenberg. Und das war, der war die ganze Zeit den DHS-Train benutzt. Der war die ganze Zeit im DHS-Train. Warte mal, die waren beide im DHS-Train. Ja. Und irgendwann hat der Gasly sich vom Hülkenberg lösen können, war aber immer noch im DHS-Train mit Science. Der ist die ganze Zeit hinter ihm gefahren. Der hat seine Taktik, seine Pace verbessert. Und dann dachte ich mir noch so, es wäre so geisteskrank gewesen, weil der Science dann auch irgendwann aufgeholt hat auf Russell. Ja. Und dann dachte ich mir, boah, nee, nicht auf Russell, auf Alonso. Ja, auf Alonso. Und dann dachte ich mir, wenn der jetzt, wenn der jetzt gleich einfach der Gasti richtig Gas gibt, der wartet vielleicht einfach nur auf diesen Moment, um dann Alonso und Science zu kriegen. Ich dachte mir, das war einfach genial von dem. Einfach, ich weiß nicht, ob das taktisch war, aber das war fahrerisch einfach eine absolut geile Leistung von dem. Wieder diese, und vor allem als Alpin, endlich ist Alpin auch wieder da oben. Das freut mich total. Und ja, und dann machen die sich das ganze Rennen kaputt mit einem dämlichen Unfall wie beiden. Das war so ärgerlich. Beide raus und Gasly hat so eine geile Leistung gezählt. Deswegen für mich erinnert der Fahrer des Tages bis zu dem Zeitpunkt, als die letzte Red Flag kam. Okay, nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Und dann kommt ja auch schon wieder die Diskussion, die wir vorher hatten. Du hast erzählt, Ocon und Gasly hatten ja nicht so die beste Vergangenheit, haben sich ja in der Vergangenheit auch des Öfteren gestritten. Und zu der Geschichte, als Gasly gehandelt worden ist bei Alpin, hat sich ja Ocon dagegen gewehrt und hat gesagt, er hätte gerne den Mick. Und jetzt ist der Gasly da. Ah, das stimmt. Aus der Geschichte, weil die sich eh schon immer, ich sag mal, in die Quere gekommen sind, ist es jetzt das erste Mal auf der Rennstrecke passiert. Meinst du das letzte Mal? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Interviews gehört von den beiden oder sowas. Ich meine, die waren beide sehr gefasst und haben nachher sogar noch ein Video gemacht für Alpin. Klar, kannst du auch sagen, das hat Alpin so gewollt. Also ich habe ja auch zusammen im Privatjet und haben gesagt, alles ist in Ordnung, tut uns leid. Ja, aber ich weiß auch gar nichts von so internen Problemen zwischen den beiden, weil ich meine, beide sind Franzosen und eigentlich so nach außen spielen die das eigentlich ganz gut rüber, dass sie gute Komplizen sind, dass sie sich beide unterstützen. Nee, die hatten ... Weil ich meine, Con und Alonso, das hat schon nicht funktioniert. Das haben sie aber auch nach außen getragen, dass es nicht funktioniert. Jetzt bei den beiden ist mir das jetzt nicht so aufgefallen. Doch, die waren früher relativ gute Freunde und hatten dann ein großes Problem, haben sich des Öfteren mal in die Haare gekriegt. Aber das war früher, sagst du? Genau, war früher. Ja, aber bei Magnussen Hülkenberg war es ja auch früher so. Ja, stimmt. Du hast recht. Deswegen, ich weiß nicht, ob das heute noch ist. Man kann es professionell machen. Ja. Man kann es professionell machen, ja. Deswegen. Und ich glaube, der Magnussen, der ist der Verlierer des Tages, weil zum einen ... Das habe ich auch sogar aufgeschrieben. Für mich ist er der Verlierer. Ab für mich auch. Weil so ein Tagtraum ist halt, das kannst du dir als Profi Zum einen dieser komische Unfall und zum anderen komplett rasiert worden von Hülkenberg. Also nicht nur am Rennen, sondern eigentlich das ganze Wochenende über. Wo war Magnussen? Und der Hülkenberg, der fährt da um die Top-Position mit. Der war teilweise auf Platz 5 im Qualifying, Platz 4 im Qualifying. Dann haben natürlich die anderen nochmal nachgelegt. Aber ich habe gedacht, wo ist denn der Magnussen? Der ist ja schon raus. Also von daher, für die deutsche Sicht oder aus deutscher Sicht muss man sagen, großer Respekt, Nico. Hast du sehr gut gemacht. Wahrscheinlich hast du das höchste, dass du das ... Der ist ja uns zuschaut. Wahrscheinlich niemals. Aber trotzdem muss es mal gesagt werden. Zum einen schade, dass Mick raus ist, aber man sieht jetzt, was wirklich noch hätte drin sein können, auch für Mick. Weil ich sage mal, der Hülkenberg kommt zurück als Rentner und schafft es direkt, im Qualifying besser zu sein und jetzt auch im Rennen. Meinst du, der holt sein Podium mit Haas? Nein. Board Prediction? Nein. Das würde die sich ja nicht schaffen. Dafür sind die Teams da oben. Wie Russell mit Williams. Spa. Die fahren unterm Safety Car. Nur wie die Qualifying ausgegangen sind. Welche Strecke? Spa. Spa? Zum Beispiel. Irgendein ganz verrücktes Rennen. Alle crashen sich. Meinst du, gar nicht, gar keine Chance. So viel Glück kriegt er nicht. Genau, so ein Pechvogel, nicht mal das schafft er. Es tut mir leid. Es tut mir leid, aber... Ja, okay. Dann sind wir auch, glaube ich, für heute erst mal am Ende. Mal schauen, was wir noch so für die nächste Spezialfolge übrig haben. Es wird auf jeden Fall eine kommen, denke ich mal. Ja, also wir können nicht drei Wochen nicht reden. Nee. Schaffen wir nicht. Und wenn wir schon miteinander quatschen, dann nehmen wir uns auch auf, Ja, auf jeden Fall. Und trinken schön Cola. Ja. Ja, dann Cheers. Dankeschön fürs Zuhören mal wieder. Wir sind nach wie vor total überrascht, wie gut der Podcast ankommt. Bedanken uns für all den Support, für die Kommentare, nicht nur auf YouTube, auch auf TikTok, auf YouTube Shorts und wo wir noch so uns alles rumtreiben, auf Instagram. Ihr dürft auch gerne kommentieren, Kommentare dalassen, diskutieren mit uns. Falls ihr Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, gerne rein in die Kommentare unten bei YouTube. und liken, abonnieren, Glocke nicht vergessen. Das ist so, glaube ich, der Spruch, den man als YouTuber machen sollte. Da freuen wir uns. Können wir uns YouTuber nennen? Nein. 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 Wir sind ja auch keine Profis. Das stimmt. Und damit auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Ciao. 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 Ciao.